So eine Show von Western, so einer Western Show und da kommen schon mal Bisons und wow, geil, die laufen. Geil, wir sehen uns mal, wenn was Wichtiges passiert, bis gleich, da kommt ein Reiter, geil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Dodge City. Ich habe die angenehme Aufgabe, Sie durch unsere Cowboys-Chance zu führen und jetzt, wo die großen Wiesner und Herren wieder zurückgekehrt sind in unser Land, erwacht Dodge City auch wieder zum neuen Leben. Das bedeutet, unsere Cowboys sind wieder da. Also Jungs, ein Applaus für unsere Cowboys. Und was wäre ein Westernstadt ohne Fuzzi, den lustigen Satteltramp? Hallo Fuzzi. Hallo Fuzzi. Und ganz besonders freue ich mich über meinen Blutbruder, Hunting Muddl. Hunting Muddl, der Häuptling der Chayenne. Mein Blutbruder, jetzt wo die großen Wiesner und Herren wieder zurückgekehrt sind, präsentiert noch einmal für unser Publikum, für deine Familie, deinen Dankestanz. Bitteschön, Hunting Muddl, einen Applaus. Das sieht cool aus, ne? Das sieht cool aus, ne? Oh, das ist nicht so toll. Geil. Das sieht geil aus. Wow, geil. Wow. 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 Make it good? Ja! Wir sehen uns gleich, wenn was anderes kommt. Tschau! Wie machen wir denn? Auf bewegliche Ziele! Bravo! Geil! Ja, hallo Pucci! Ja! Bist du das etwa auch einmal probiert? Okay, ich muss die ganze gerade hinstellen und bitte nicht wackeln! Ja! Okay! Ja! 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 Geil. Das sieht einfach nur cool aus. Wow. Wow. Unnormal. Wuhu. Nein, jetzt gehen die dahin. Scheiße. Die werfen Messer auf die Frau. Wuhu. Wuhu. Geil. Nochmal. Jetzt da drüben. Wow, das übertreibt direkt. Wow. 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 Krass. Einfach nur krass. Das ist seine Schwiegermutter, hat er gesagt. Und jetzt schnell auf die Bühne. Zack, zack. Und jetzt aufpassen. Das ist schwierig und gefährlich. Warte. Warte. Wirst du bereit? Ja. Donald auf die Knie. Und jetzt. Spagat. Voilà. Dankeschön. Warte. Und jetzt. Warte. 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 Sonst musst du springen, sonst kriegest du keinen Zucker. Nicht aufpassen. Jetzt aber. Eins, zwei, drei. Springen. Hey. Hey, hey. Was hast du? Noch einmal. Jetzt aber. Aufpassen. Are you ready? Und eins, zwei. gentlemen, bin ich dieses Monat. Wow. Und jetzt. Tiger. Voilà. Er wird jetzt mit dieser Waffe auf diesen kleinen Ballon hier schießen. Mal gucken, ob er trifft. Er schießt, ich guck. Er hat getroffen. Wow. Er hat getroffen. Aber ich denke, das kannst du noch viel besser. Mal gucken, ob er auch trifft. Nochmal. Wow. Wow. Er schießt rückwärts. Er hat getroffen. Oh mein Gott. Einfach nur gut. Bison. Die machen Rundlauf. Die spielen keinen Tischtennis. Die machen Rundlauf. Die machen Rundlauf. Wir sehen uns, wenn was Spannendes kommt. Wow, geil. Geht auch drauf? Er geht auch drauf. Aber echt. Geil. Hinter diesen Typen steht auch noch einer. Ja, hier. Ja, da hat man uns gewöhnt. Da. Einfach nur, lass ein Pferd. Ja. 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 Wow, wir sehen uns, wenn was anderes passiert. Wir verbeugen uns alle jetzt. Geil, und wir sehen uns gleich. Geil, Geil, Geil. Oh, wow. Was ist das für ein Modell? Allerlebteste Modell. Hey, Joe Brown. Herzlich willkommen in Dodge City. Passerschein, Führerschein. Okay, ich drücke den Haken zu, aber wo sind die grünen Umweltschlagette? Okay, ich sehe schon, das hat keinen Sinn hier. Bussi, dein Taxi ist da. So, dann wünsche ich dir viel Spaß in jedem Welt. Ich habe mir das überlebt, ich fahre nicht allein. Ich fahre nicht allein. Ich nenne doch ein paar Kinder mit oben. Haben wir dann ein paar Kinder? Keine Kinder da? Ah. Hör mal. Ja, runter nach Hause. So. Jetzt geht es mal da hin. Ich. Du bist etwas zu platt. Eins, weil es dich heiliger gibt. Du kommst später dran, ja? Okay. Einsteigen. Hier, da rein. Alles einsteigen, es geht los. Aufsteigen. Alles aussteigen. Alles aussteigen. Kommt mal her, hier, das Bänke. So, ihr drei, kommt mal her. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir zum Fuß nach Bielefeld. Immer geradeaus. Er läuft, einstreiten. Alles einstreiten. Oh nein. Aussteigen. Aussteigen. Jetzt was wir mal die Kinder haben. Er wäre, drehen wir den Wein an, da der Kurve dreht. Die Jungen von heute haben gar nicht die Kurve. An der Kurve drehen. Nein. Eins. Stopp. Den anderen Weg. Ja, gut. Nee. Nichts treten. Schau mal her. Karl Otto. Karl Otto. Du gibst lieber Karl Otto. Oh. Ja. Ich muss die Tränen, ja? Oh. Ah, ja, ja, ja. Komm mal her. Du bist ja noch schlimmer. Engelbär. Jetzt bist du dran. Ach, Liam ist Engelbär. Hinnem. Du gibst Engelbär. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Liam! Liam, das ist lustig, du kannst die Western-Band machen. Oh, Liam! 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 Liam, das ist schön. Ja, bravo, dieser Freiburg-Show-Dancer, Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, dies ist nun auch das Ende unserer Cowboy-Show. Wir bedanken uns alle recht herzlich für Ihren Besuch. Komm mal auf. Für Ihren Riesenapplaus, für Ihren Mega-Applaus, für Ihren gigantischen Applaus. Das geht noch besser. Okay. Wollen wir noch mehr? Wollen wir noch mehr? Ja! Okay, dann alle ab 13.30 Uhr, hier im Circus fest. Dankeschön und auch viel Spaß hier im Park. Tschüss! Ciao! Aber halt, wenn ich jetzt auch einmal fotografieren lassen möchte mit unserem Bison, kein Problem. Hier vorne wieder das Bison-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus.